Yo, herzlich willkommen zurück zu Max Payne. So, oh wir haben nur eine Knifte. Ich weiß gar nicht mehr was mir vorgefallen war. Aber gut. Aus dem Sprung raus können wir nicht schießen anscheinend. Und da lässt sich auch nix mogeln, ne? Okay. Ich hoffe ich habe den richtigen Spielstand geladen. Mal eben schnell speichern. Wollen wir uns das Ganze hier mal angucken, ha? Äh. Ja. Ähm. Ich erinnere mich an die Dinger. Aber nicht so. Ja. Herrlich. Wie scheiße. Dann halt so. Wo? ... wurde damit ... ... schuf verstoß ... ... im Rabuva ... ... alles was nötig ... ... das kann das Wald hier ... ... das M-Y ... ... wurde damit ... ... es ausläft ... ... schuf verstoß ... ... im Rabuva ... ... alles was nötig ... ... in Kanada in Kanada ja ... ... man kann das Wald hier ... ... okay ... Oh, dann gibt es hier schon eine Story erstmal. Draußen in der Nacht fiel der Schnee wie Konfetti auf die Parade des Teufels. Der Sturm war alles andere als vorüber. Hm. Okay. Die Tür bleibt verschlossen. Tja dann. Moin. Hm. 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 Da steht doch einer in der Tür. Mal versuchen Munition zu sparen. Haben wir das nötig? Ja, in der Tat. Hm. Allerdings ist es auch ordentlich gelitten dabei, ne? So habe ich mir das nicht vorgestellt, aber gut. Machst du nischt? Boah, ich habe keine Orientierung. Ich weiß gar nicht mehr, was jetzt hier Phase ist. Aber schauen wir mal. Yeah. Ja, da haben wir auch ordentlich Muni. Das ist nett, würde ich sagen. Ungewohnt. Ich habe schon länger nicht mehr ge... ne? Let's play it hier und... Muss man sich erstmal wieder ein bisschen warm machen. Auf hier geht mir nichts in die Hose. Da ist zu. Hm. Hm. Tja. Denn... Die Option halte ich mir mal auf, dass ich da vielleicht, wenn da mehrere irgendwo herkommen, Big Bang machen kann. Da ist da drüben wer drin. Ist zu. Gut, dann bleibt ja nur noch dieser Raum hier. Ups. Boah. Du Sacknase, ey. Von hinten, die Sau, wa? Geh jetzt zum Block in Position. Gib Ruhe, Junge. Mal schön sammeln hier und sammeln und sammeln und sammeln. Ich habe nämlich keine Ahnung mehr, warum ich keine Muni mehr habe. Na, ein bisschen Shotgun-Action kann nicht schaden, oder? Colt-Kommando ist voll. Sollte vielleicht auch bedeuten, dass wir doch die benutzen. Okay. Original versorgt, ne? Ja. Super. No fail. Oh, habe ich einen Donner erwischt, ja. Dann ist er gut. So, ganz ein Pen-Killer weg hier, ja. Super. Gucken, hat sie ja sonst noch was getan? Anscheinend nicht, ne? Ist nichts aufgegangen. Bumm. das sieht so aus wie wo wir gerade schon mal waren fick dich alter dammte scheiße moin ich bin absolut kein pro gamer wie man sieht die tür kann man aufmachen ok bitte zu wo wer hat dich genau gehört greife an Komm, der Helfer! Shit. Big Bang. Das geht auch auf, okay. Was gibt's hier? Lava. Ich kann hier durchgucken. Und das war's. Was hat das für eine Bewandtnis? Man kann von der anderen Seite rüberspringen. Okay. Ich brauche Painkiller. Ja. Ich ja ziemlich erledigt bin. Meine Cherrymouse ist nicht grad zum Zocken geeignet mit 1000 dpi. Ich brauche vielleicht was mit 800. Upp, da kommt wer. Okay. Die ist zu. Jetzt muss ich hier halt Speicherorgie machen. Weil ich der totale Noob bin. Moin. Ey, und er erwischt mich, ne? Kann nicht wahrsteinen. Oh, ho, 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 ho. Muss das sein? Muss das sein? Come on. Ja, genau. So hatte ich das mir nicht vorgestellt. Ich nehme mal die Rotzugun. Huaaah. Ja, genau. So auch nicht. Also. Kann nicht wahr sein. Taktik war nicht schlecht, aber die Tonne war zu nah. Ja, komm und jetzt du noch. Ja. Da kann man wohl mit leben. Knöpfchen. Knöpfchen. Wir brauchen ein Knöpfchen. Denke ich. Wir kommen da jetzt nicht durch, ne? Okay. Von hier aus kann ich in die Stuben. Hm. Mach ich denn das jetzt? Wollte schon grad sagen, komme ich nicht zurück oder wird irgendwas übersehen hier, wa? Irgendwas. Irgendwo. Irgendwie, ne? Ich denke, das hat hiermit irgendein überwandt, ne? Mal was probieren. Ah, okay. Fällt dir auch nicht auf, ne, dass das gehen könnte. Also gar nicht. Das sehe ich nicht so. Keine Gnade. Keine Gnade. Kriegt ihr. Oh, das macht die Bude auf. Äh. Ja. Muss ich wohl irgendwie noch zurücklaufen erstmal weiter oder was? Aber gut. Kann man ja mal machen. Hier oben war nichts weiter. Stimmt da unten jetzt. So eine Präventivmaßnahme hier. Tja. Tja. Oder ich bin wieder blind. Und mache hier fälligen Mumpets. Das wäre natürlich auch möglich. Sieht mir sogar fast danach aus. Hm. Na, schauen wir mal. Klick, klick, klick. Äh, aha. Ja, moin. Von hier kam ich. Aber warum ist jetzt hier das Ding hier auf? Ist hier irgendwas? Oder war das vorher auch schon so und... Hab da nicht so drauf geachtet. Komme ich hier nochmal wieder raus? Nee. Hm. Dann weiß ich jetzt aber gerade auch ehrlich gesagt nicht weiter. Hab ich jetzt keinen Peil. Was ist denn da? Hm. Stand da noch neben so einem... Boah, ein Kerl da. Muss ja irgendwo hergekommen sein, ne? Tja, das ist das Tolle an diesen alten Spielen. Die sind halt mal nicht ganz so easy. Hätte ich doch da reingemusst. Ach, shit. Oh, oh. Wann hab ich nicht zuletzt gespeichert? Auf jeden Fall hab ich das schon gemacht, ne? Mal hoffen, dass ich mich nicht festgefressen hab hier. Die sind erledigt. Hm. Bumm. Den Spaß gönnen wir uns mal. Nee, da kommen wir auch nicht durch. Hätte ja auch sein können. Vielleicht ein bisschen was sprengen hier. Was übersehe ich hier, Leute? Da am Rand könnte man vielleicht langen. Übersehe ich hier ein Knöpfchen irgendwo. Hm. Ist doch nicht dein Ernst, jetzt ja. Da finde ich die Stelle. Wenn man da einfach so lang laufen kann. Ist ja alles cool. Leider an! Ja. Dafür bin ich nicht. Und nicht. Welche nehmen wir? Wer ist Hobby? Nein, ich bin ja einer ah! Ich bin nicht Recovery dabei. Ja. Und das ist nicht jetzt noch die Idee. Ich bin jetzt. Und dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Max Payne, ne? Ciao.